Auf den Studiengang Geodessier und Geoinformatik bin ich durch eine Schulexkursion zum örtlichen Vermessungsamt aufmerksam geworden. Anschließend fand ich die praktische Anwendung der Mathematik sowie Themenbereiche wie Navigation und GPS sehr spannend, weswegen ich mich für den Studiengang entschieden habe. Besonders gut während dem Studium haben mir die zwei Praktikas gefallen. Beim integrierten Praktikum zum Beispiel sind wir für zwei Wochen auf die Schwäbische Alb gefahren und konnten im Rahmen eines großen Projektes alle erlernten Messmethoden anwenden. Ein weiteres Highlight war für mich die Konferenz der Geodessiestudierenden. Bei denen konnte man Studierende aus anderen Städten treffen und einen Zweck aufbauen. Eine große Herausforderung waren für mich die Grundlagenmodule Mathematik und Physik, weil die Vorlesungen im Vergleich zur Schule deutlich umfangreicher waren. Aber mit den angebotenen Tutorien der Uni Stuttgart sind auch diese gut zu schaffen.